Ich glaube, es ist die richtige Strategie. Auch Sascha, der sich mit Ernährung so beschäftigt, sagt, Knossi, wir gehen jetzt in die Mossenforsen. No joke. Der sagt, wir gehen jetzt in die Mosse. In die Mossenforsen. Wir gehen, nein, wir gehen inne. Scheiße, drei Wochen kein Clash of Clans. Muss meine Freundin wieder übernehmen. Ich habe eine Free-to-Play-Challenge gegen Sebo. Ich muss jeden Tag zweimal online. Passt das Handy in die Flasche? Du darfst kein Handy mitnehmen. Handy verboten. Handy verboten. Ja, muss die Freundin. Erstens macht er sich drei Wochen lang die ganze Zeit Sorgen. Und dann muss ich noch jeden Tag dreimal Clash of Clans spielen. Was dein Vorteil ist, du hast einen Partner dabei, so einen ruhigen, weißt du was ich meine, den merkst du gar nicht. Doch, doch. Das Gute ist, er hat die erste Staffel, 7 vs. 2, haben wir alle zusammen geguckt im 10-Tage-Stream. Und er war am Backseat und das kannst du dir nicht vorstellen. Der hat da gesagt, wieso macht er das nicht so? Ich stelle mir das so leicht vor. Machst du mal hier und da. Der hat das Maul richtig aufgemacht. Ich glaube, das wird dir noch zum Verhängnis werden. Der hat da gesagt, ist doch gar nicht so einfach. Stellst du zwei Baumstellen mit zusammen, legst du ein paar Blätter drüber, hast einen Unterschlupf. Warum stellen die sich alle so an? Mach bitte, Romatra. Mach. Will ich sehen.